so meine lieben die liebe zocker rüber ist wieder mal am start hier in world of warcraft world of warcraft ohne es world of trainer meine frasse es ist schon spät wie ihr seht das halb 11 und wir fliegen jetzt mal gerade nach gorgrond und werden da mal ein paar wildtiere fangen ich muss zur ja ich muss eigentlich zur brecherkuppe ich dursel ne war mal eben muss zur brecherkuppe weil ich habe nämlich jetzt die und die neue verbesserte eisenfalle und damit kann ich nämlich jetzt auch flusspferde und sonstigen schnodder fangen und das werden wir jetzt mal machen und dann werde ich mal gucken hoppala ich muss das hier mal eben so ein bisschen ab genau hier sind wir pass auf ich muss da oben hin ich muss eigentlich hier so genau ich habe mein mein kleines ich dabei guckt mal die zocker rübe ist mit dabei genau die vorherige übel rübe ist jetzt die zocker rübe genau ich habe mich mit dabei und die zocker rübe habe ich irgendwann mal gefangen bei ich weiß gar nicht mehr was es war ich muss mal eben gucken was habe ich denn hier noch ich kann doch eigentlich mal meine stärke mal ein bisschen auf möbeln die ausdauer wird ja dann und ich kann mein tempo auch mal ein bisschen auf möbeln damit wir mal ein bisschen schneller unterwegs sind jetzt muss man nämlich hier oben hin wild hier gefangen wir müssen hier mal ein paar wildtiere fangen und ich hoffe dass ich jetzt mal hier bei den jungs einfach mal so durchgeritten komme ist ein bisschen schwierig weil die okay saßen also gerade auf dem weg aber ich glaube hier sollte ich eigentlich durchkommen dann sollte das klappen oh es wurde ein käufer für meine auktion gefunden alchemischer katalysator okay ich muss hier hoch boing wüstenkrallen raptor du kannst mir mal am arsch vorbeigehen junge goldkäfer könnte ich mir mal fangen aber oder hinten ist auch mal elite mob geil wo ist der denn hier kann ich mal was fangen hier guckst du die kann ich glaube ich fangen oder uralter gronn kann ich die fangen ne kann ich eigentlich nicht ist eigentlich hier wieder hoch ich müsste hier was fangen können aber hier ist keiner ach doch hier ist ein feld hau ah hier ist eine sau pass mal auf na komm mal her so komm her komm her und komm her ja yeah baby da haben wir schon mal eine sau gefangen und jetzt werde ich aber auch noch den dicken da hinten fangen glaube ich und was hat der denn für mich ich weiß gar nicht mehr wer das ist habe ich den nicht noch schon mal irgendwie was ist das achso der ist fertig hab ich den nicht schon mal fertig gemacht hier den knaller wo ist er denn hallo jemand zu hause wer ist das denn ich sehe den gar nicht auf der karte ach so hier unten sind auch noch welche am kämpfen da hinten ich sehe aber nichts ich mache mir mal eben hier die sau platt kann ich noch mal ein paar ah ja danke ein paar dicke leder hier mir einsammeln aber den dicken den sehe ich trotzdem noch nicht das muss doch der da hinten sein schluchttröllack oder ist der hier unten drunter das kann natürlich auch sein ne dass der hier unten drunter ist das ist doch so eine grundschlucht lass mal eben hier runter gehen das möchte ich mal gerne wissen das möchte ich jetzt echt mal gerne wissen ob ich hier unten irgendwas kriege okay ich glaube ja aber hier fahr ich doch auch schon mal hier kriege ich aber nix nennenswertes ne oder nee nee hier kriege ich nix nennenswertes das kann ich eigentlich auch mal wieder verlassen hier da komme ich jetzt auch nirgendwo ja guck mal jetzt ist der eine typ auch schon wieder hier hinten jetzt zeig ich mir den wieder hier hinten an komme ich da von dem anderen loch rein ich weiß es nicht aber ich werde mal hier kurz nochmal die sau mitnehmen jo danke und hier hinten die eine sau nehme ich auch noch mit können wir noch ein bisschen was fangen sehr gut haben wir noch ein paar dicke dicke schweine gefangen acht feldtiere fleischiges eingesperrtes tier sehr gut so was haben wir denn als nächstes also als nächstes bei uns auch für dings erteilt arbeitsauftrag jo haben wir dann ähm dann können wir eigentlich den auch nochmal eben schnell mitnehmen da haben wir schon mal ein paar mit dabei sehr gut habe ich die echse schon nee habe ich noch nicht gro der zerstörer ist er das ne ist er nicht gelgor aus der blauen flamme das ist der typ wo ist denn gelgor aus der blauen flamme der muss doch irgendwo hier unten hier hier unten hier oben hier was weiß ich wo sein warte mal ich möchte mal gerne wissen wo der typ ist komm ich hier hoch gelgor aus der blauen flamme der was ist das denn ne dornranke kann ich die irgendwie looten ihr braucht einen schredder um das zu häckseln ja alter willst du mich jetzt verarschen oder wat dro der verheerer ich geh mal eben darüber wow what the fuck hier bin ich doch vorhin drin gewesen oder ja genau hier bin ich vorhin drin gewesen die kloppen sich ja alle noch fröhlich ich geh mal eben wieder raus äh also ich weiß jetzt nicht so richtig wo ist der denn gelgor aus der blauen flamme der muss doch irgendwo unterirdisch sein oder das kann doch gar nicht anders sein wenn der nicht unterirdisch ist dann weiß ich auch nicht oder ist der da oben drauf ne aber hier der eine dicke da den ich da vorhin hatte was ist der mit dem der ist doch warte ich geh da mal eben rüber ich weiß ja nicht aber ich glaube kaum dass ich den kriege das glaube ich kaum ich muss mal eben hier oben hoch was ist der mit dem 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 den kann ich mir mal sparen glaube ich den jungen den werde ich glaube ich nicht so wirklich kriegen nicht so wirklich Ja, okay, gut. Dann, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Mal eben schauen. Lass mich mal eben überlegen. Von hier nach Nagrand ist... Ja, doch schon ein bisschen, ne? Ich gehe mal kurz in die Garnision. Und dann bringen wir mal eben die Sachen zurück. Gelgor aus der blauen Flamme. Komisch, dass ich den nicht sehe. Dass ich den nicht sehe. Warte mal eben. So, du darfst das haben, meine Liebe. Und dann gehen wir mal eben raus. Habe ich hier noch was? Habe ich noch Post? Nein. Und dann gebe ich mal eben kurz die Fälle ab, ja. So, mein Freund. Ähm. Ja, ich habe die Falle ausprobiert, aber halt mal bitte. Für die Horde. Er teilt einen Arbeitsauftrag. Raus damit. Fleisch. Kann ich nicht erteilen, weil muss ich... Äh. Kraft. Noch zwei Stunden warten. Kacke, ey. Kackies. Moment, dann reite ich nochmal eben kurz zurück. Guck mal eben, was die anderen denn so haben. Sind denn die anderen Jungs wieder da hervorgekommen? Okay, sieben Ressourcen habe ich gekriegt. Oh no. Einer fehlgeschlagen. Warum? Hm. Missionen. 59, ja, nee, gut. Da müssen wir halt nochmal abwarten. Was führt euch hierher? Hm. Ich kann jetzt hier für, weiß ich nicht, 5000 noch andere Anhänger dazu holen. Das werde ich irgendwann mal machen, wenn ich genug Kohle habe. Aber jetzt erstmal nochmal nicht. Ähm. Okay, dann lasst uns folgendes tun. Ähm. Arbeitsauftrag braucht ja noch ein bisschen. Und dann fliegen wir jetzt mal eben kurz rüber. Und holen uns die Schläfer. Moment, ich muss erstmal kurz gucken. Ähm. Na, Grand. Was ist am besten? Thron der Elemente, ne? Ja, komm mal, dann fliegen wir mal eben zum Thron der Elemente. Da können wir mal kurz angeln gehen. Das ist ja echt so krass, oder? Und ich sehe es kommen, Leute. Ich sehe es kommen. Ich muss echt bald in Dungeons gehen. Das geht gar nicht anders. Das geht nicht anders. Urmaler habe ich hier. Ich habe... Mann, 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 Mann. Acht eingesperrte Felltiere. Fünf fleischig... Fleischige eingesperrte Tiere. Bla, ich... Ja, ich kann es gar nicht mehr anders machen. Ah. So, und jetzt werden wir nämlich hier folgendes tun. Wir werden hier mal gerade kurz uns ans Ufer stellen. Und ich hoffe... Halt mal bitte, wenn ich hier stehe, dann sollte ich eigentlich ganz gut fischen können. So, fischen. Und was muss ich naja jetzt holen? Äh... Kieferlose Schleicher? Nein. Was war das nochmal? Dicker Schleicher. Dicke Schläfer. So. Skorpione, Schleicher, Schläfer. Köder für dicke Schläfer. Okay, dann leg ich mal los, Baby. Jetzt werden wir hier gerade mal ein bisschen angeln müssen. Das wird jetzt ein kleines bisschen langweilig, aber das müssen wir einfach mal machen. Aber wisst ihr was? Die gute Zockerrübe ist mit dabei. Die gute Zockerrübe ist mit dabei. Die treue Gefährtin von Nikita. Die Nikita niemals verlässt. Ihre grünen, kleinen, wendigen Arme umschlingen Nikita und sagen ihr, dass sie niemals alleine ist. Die gute Zockerrübe im Ursprung von Krawall gebürstet. Mit ihrem grünen, fleckigen Haar auf ihrem röbeligen Kopf. Ihren braunen Augen ihren treuen Augen ist da, um Nikita vor Unheil zu beschützen. die kleine Rübe die kleine Rübe die kleine Rübe die kleine Rübe auch früher genannt. Übel Rübe wird niemals aufgeben und ist immer da. Wenn man sie braucht. Bäm, ja super. Also, ich bin ja nicht hier der Ich bin der Heinrich Heine der World of Warcraft Szene. Ich bin der Gott, was weiß ich. Nein, um Gottes Willen. Nein, ich bin nicht der Heinrich Heine. Der, oh mein Gott, Heinrich Heine war so viel besser als ich. Ich habe einfach nur mal gereimt, wie es mir gerade in den Sinn kam und getan, wie es mir in den Sinn kam. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Ich bin jetzt hier noch ein paar Minuten am Angeln. Sieben eigentlich. Krass, oder? Und ich muss mal eben gucken, was ich hier schon alles habe. Ich habe jetzt schon Schläfer. Ich habe, ja, okay. Ich muss mal eben schauen. Das kann hier rein, das kann hier rein, das kann hier rein. Bäm. Kleiner Sichelfisch. Also wir angeln hier gerade schon so fröhlich vor uns hin. Was habe ich denn da jetzt geangelt? Klingenknochenhaken. Bringt einen rasiermesserscharfen Dorn an eurer Angelrukte an, der eine Stunde lang stehen bleibt und automatisch sämtliche Fische filetiert, die ihr fangt. Das ist aber auch geil. Den muss ich mir mal da hinlegen. Okay. Das ist geil. Ich habe ja noch einen Kölner für dicke Schläfer gefunden. krasser Scheiß. Also wie ihr seht, ich angel hier gerade so ein bisschen und ich glaube, das werde ich aber in der nächsten Folge fortsetzen. Ja, ich angel hier gerade noch mal kurz. Ich habe ja jetzt noch einen Sichelfisch gefunden. Ich mache mal gerade die dicken Schläfer. Super. Und werde hier das mal gerade kurz hier hinlegen. und habe hier jetzt ein bisschen Fleisch. Okay, super. Oh, da ist noch was. Da geht noch was. Na, Grand Apfelkelch. Ich komme. What the fuck? Jetzt kommt hier noch so ein kleiner Scheißer aus. Danke. So. Habe ich denn hier noch was? Nee, ne? Dann gehe ich mal wieder zurück. Ruhestein. Garnisionsruhestein habe ich nicht. Scheiße. Dann mal eben hier rüber. Muss ich mal eben von hier rüber reiten. Yay, ich komme geritten. Ich komme geritten. Oh, fuck. What the fuck? Die waren da gerade in Besprechung am machen, ne? In Rot. Also eine Besprechung, die nicht für mich ist. Und ich muss hier noch die ganzen Ich muss hier noch die ganzen Fuck nein. Ich muss hier hinten hin. Ich muss hier noch die ganzen Tüttels machen. Wer ist er denn hier? Uh. Darf ich hier kurz hoch? Äh. Äh. Da ist ein Watt, 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 watt. Da ist ein Flugpunkt. Äh. Äh. Dann, wenn du hier schon mal vor mir stehst, dann machen wir dich auch. Oh, fuck. What the fuck ist denn mit dir nicht in Ordnung hier? Bitte. Wow. 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 Das, das, das wird mir jetzt gerade nicht sehr gut tun. Oh, Mann. Das wird, glaube ich, jetzt so ziemlich so ein bisschen ins Auge gehen. Ich muss mal gucken, ob ich das hier hinkriege mit der Krass. Boah, die haut mich gleich kaputt, ey. Die haut mich jetzt gleich kaputt. gut. Wow. Ich glaube nicht, dass ich das überleben werde. Nein. Nein, das überlebe ich nicht. Okay. Wie ihr seht, habe ich hier gerade so ein bisschen gelust. Ja, ich habe es nicht überlebt. Die Gute hat mich platt gemacht. Okay. Dafür muss ich noch ein bisschen stärker werden für die dicke Mites. Das ist wahrscheinlich auch irgendwie ein Gruppenteil. Jetzt muss ich mir gucken, wenn ich weit genug von der weg komme. nicht, dass ich mich hier wieder annehme. Geh mal kurz hier weg. Okay, die sind alle gelb. Der ist auch gelb. Okay. Ja. Ja, Dekoran. ist ein bisschen creepy. Ich wollte hier eigentlich zu Dings, ne? Warte mal, ich gehe da mal eben hin. Böller. Ich wollte hier eigentlich mal kurz hier rüber. zum Flugpunkt und zwar wollte ich ja eigentlich mal eben kurz hier. Genau, Flugpunkt. Kannst du mich mal eben kurz hier zu Garnison bringen, mein Junge? Jo, dann fliegen wir mal eben zur Garnison und da werden wir mal eben unsere Quests abgeben. Der dicke Schläfer, den haben wir ja am Start und haben dann auch wieder 30 Minuten vor, Leute. Ist wieder unglaublich, oder? 30 Minuten. Die anderen Sachen haben jetzt noch zwei Stunden benötigt, bis sie Warte, kann ich ja hier auch gucken, was jetzt noch wie viel benötigt. Gerberei braucht noch zwei Stunden 44, Alchemie Labor ist eigentlich bereit. Zwei Stunden, zwei Stunden, ja, ist noch alles alles am Ich gehe mal eben hier hoch, bringen wir eben kurz das Ding weg und dann sehen wir uns nämlich in der nächsten Folge wieder, Leute. Hier mal eben kurz hier beim Angler melden. Jod, dicke Schläfer haben wir. Was hast du noch für mich im Angebot, Junge? Okay, neues Käpt'n Rumsichs Lagerbier. Das erlernen wir doch mal direkt. Hier können wir mal die Angelrute gerade. Köder für Feuer Ammoniten. Machen wir das mal folgendermaßen. sortieren wir das mal gerade so rum. Der kann nämlich weg. Okay. Okay, perfekt. Okay, Tiki, kannst du mal gerade hier noch mal eben was von mir ankaufen? Danke. Alles klar. Ich sehe dich in der nächsten Zeit. Tschüssi. Jetzt gucke ich noch mal eben rum, ob ich da hinten noch was machen kann. Ne, der ist ja auch am werkeln, der ist immer noch am werkeln. Versorgung der Armee abbrechen. Achso, ist der schon fertig? Ne, der ist noch nicht fertig. Ne, muss ich noch warten. Okay, Leute, ich muss noch ein bisschen warten. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hier in WoW und dann werden wir mal wieder ein bisschen hier den Leuten auf die Fresse hauen. Bis dahin, alles Gute, macht es gut, tschaui.